Und ich begrüße euch, guten Tag! Ja Leute, was geht? Hier ist der Tobi und der Henrik. Ja, und heute gibt es eine neue Folge von... Natürlich widert hier schon das. Ja, das ist jetzt hier nicht bald, dies EM-Club ist, das wissen wir. Ja, und ja, wir erwähnen es trotzdem immer am Anfang. Gut, Henrik wieder am Start, ich wieder am Start. 414.134 andere Spieler mit am Start. Und ja, wir werden... Kapanoktemlewa, äh, Fu-Junge. Wir begeben uns jetzt in einen Spielmodus, der mir eigentlich nicht so gefällt. Aber ja, den doch immer mehr Leute auf meinem Kanal sehen wollen. Deswegen, ja, denke ich mal, ist ganz gut, wenn wir das in der TH-Shutters-Folge verpacken. Suchen und zerstören! Ja, ohne dann zu schnacken, hauen wir rein. Hauen wir rein. Ich komme jetzt nicht irgendwo rein, so mittendrin. Ich kann ja eben meine Klasse... Ja, ihr habt jetzt ganz kurz die Klasse gesehen. WMD, wenn's, äh... Na, okay, wir machen hier noch ganz einfach noch eine Runde. Wenn's nicht gerade erst angefangen hat und nur eine Runde vorbei ist. Genau. Hat dich eigentlich auch der Kapanoktemlewa eingeladen? Ja, ja. Wie der heißt? Ja, ja. Okay. Irgend so ein ganz langer Name. Ja, da, man hat's gerade gehört, hier, die Amerikaner, wenn die einen Trickshot machen... Oh my God! So fucking unbelievable! Oh my God! This is so unbelievable! I can't believe it! Oh my God! Triple UAV! Und die Deutschen, wenn die irgendwas cooles schaffen, so ein No-Score-Cross-The-Map-Magic, dann geht's immer nur... LOL! Hihi! Ruffel! 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 XT! So, äh... No, der X, X, D, D... Zwei Einschätzen, ja, wir machen hier nachher einfach noch eine Zoom-Und-Zerstörung. Egal. So, ich hab jetzt keine Ahnung, wo ich hinlaufen soll. Da ich Zoom-Und-Zerstörung nicht mag. Aber ich spiel's trotzdem. WTF. Ich weiß, warum ich Zoom-Und-Zerstörung nicht mag. Guckt euch das an. Guckt euch die Perks an und guckt euch das Setup an. Ihr wisst jetzt, das ist bestimmt ein Franzose. Ja. Nein. Vorab. Das ist... Also, das war jetzt traurig. Das war jetzt richtig traurig. Gammelt der Typ mit Farmers und Geist Pro. So was muss man sich mal auf der Zoom-Und-Zern gehen lassen. Aber Hauch. Zart. Jetzt hast du grad überlegt. Hauch. Wolltest bestimmt dünn sagen. Irgendwie sowas, ja. Wie ich's wusste, wie ich's wusste. Aber warum, warum... Hä? Warum ist er jetzt an dem Gegner? Warum hat er ihn nicht getötet? Wissen die, was die wollen? Von uns hier? Nee, ich glaub irgendwie nicht. Hier mit der Pfahl. Mir fällt grad auf, ich hab los, die... Oh, komm jetzt schalten. Okay, die Spass auch noch, um die End fehlt. Okay, doch nicht. Ich glaub mit Spass kann sich nicht rumlaufen. Okay, hier in Zoom-Und-Zerstörung reicht's mir, wenn ich zwei, drei Kills kriege. Mehr bekomm ich hier eh nie. So, was macht der denn jetzt hier? Oh shit. Und bam, 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 bam. Achso, ich bin... Ja, du bist... Ich bin jetzt bei Saga Gangster. Guckt euch das an. Das ist halt wirklich... Er hat das S-Füß-Snipen auf seiner Waffe, ne? Kennt er nicht sehr. Guckt euch das an, wer hier auf der Map rumläuft. Der versucht... Der... Der... Guckt euch das an. Und dann hat er ihn. Und nein, er hat ihn nicht. Das muss es doch sein. Den... Den muss er machen. Er versucht hier 720s across the map und... Ja, wirft den Tomahawk. Do the rumble. Und er hieß das. Jetzt... Guckt euch diesen Skill an. Er weiß genau, was der Gegner macht. Er weiß genau, was der Gegner macht. Guckt euch das an. Das ist unglaublich. Und das sind Booster. Das sind Booster, meine Damen und Herren. Guckt euch das an. Das nennt man Booster. Ja, schön. Cool. Sind schon... Jawohl, Ladies and Gentlemen. Booster. Herrlich. Geil. So muss das sein. Guckt... Suchen und zerstören Booster in Black Ops. Sehr schön. Sehr schön. So was gefällt einem natürlich. Gibt es... Ja. Nichts dran zu rütteln. Guckt euch das an. Herrlich. Herrlich. Henrik, wir gehen raus. Nee, komm, bleib drin. Nein, nicht die Lobby. Wir machen zwar noch ein Spiel, aber nicht die Lobby, oder? Nee, komm. Das schaffen wir schon. Er hat immer gleich aufgeben. Man muss das im Leben, wenn man das durchzieht. Was kommt denn damit? So, ich gehe jetzt... Obwohl der Warte hier will mit seiner Farmers auch nicht, ne? Aber passt auch. Ich zeige jetzt meinen Skill. Jetzt passt auf. So was nennt man Skill. Lernt von mir. Hier, das ist ein idealer Laufweg. Was ich hier mache. Oh. Das... Wie denn? Wie denn? Hier wartet er? Und dann kriegt er. Er kriegt aufs Maul. Er kriegt aufs Maul. Er kriegt aufs Maul. Und er schießt in den Schnee. Und ich werde eindeutig getötet. Es ist doch so traurig. Ich glaube, ich werde jetzt mal einen anderen Laufweg gehen, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Gucken wir mal dem Henrik hierzu. Ich habe gerade einen gekillt. Yeah. Guckt euch das an. Externe Ansicht. Von Henrik. Wir haben es schon gesehen, wie er eingetötet hat. Ich kriege sowas von Ausmaul in dem Spielmonus. Und vor allem, ne. Ich kann Leute nicht verstehen, die dann unter manchen Videos von mir schreiben. Ey, du bist eigentlich voll gut und so. Jungens. Ich bin Durchschnittsspieler. Wenn überhaupt. Ich bin schlecht. Ja, ich auch. Wenn ich überhaupt mal spiele. Also. Du darfst jetzt nicht so viel erwarten. Weil wenn du jetzt wohl zu Hammer-Skills, dann seid ihr falsch, ne. Das ist ja langweilig dann auch. Wenn wir hier jetzt suchen und zerstören, wenn wir jetzt eine Triple Moab in Black Ops reißen. Dann bringt uns ja nichts. Das ist ja viel zu langweilig. Haben wir ja schon ganz oft geschafft. Links. Rechts. Ja, ja. Oder der Tomahawk, der war knapp, ne. Den er geworfen hat. Wow. Wow. Zwei. Warne. Der hat da euch überfordert. Ich glaube, die sind alle da. Oh, jetzt hier Mr. Stoner like a Bosch. Das wissen sie allerdings. Äh, wo er ist. Hinter ihm war einer. Nein, ich gehört zu haben. Da drüben ist auch noch einer. Souverän. Wo sind's noch? Ja, ich hab gesagt, hinter dir ist ein Kollege. Ach. Alles klar. Da, rechts, rechts, rechts. Sag ihn auch. Auch, wie er das macht. Like a Bosch. Edit den. Edit den. Spamt ihn zu. Sagt ihm, er ist auf YouTube. So, ein paar Abonnenten machen das sogar. Guck mal, sein Emblem an. Glaber. Alles ganz ehrlich, ich denke jetzt, der Nick würde sowas machen. Der Nick, ja. Okay. Nick an der Stelle. Hallo. So. Auf geht's der. Der kommt jetzt hier. Hier. Ich lass den Typen mal vorlaufen. Hier, lauf mal vor. Wetten, der wird mit der Farbe getötet. Passt auf. Wir gucken ihm jetzt mal zu. Hallo, Fridolin. Du wirst jetzt getötet. Ha, wie ich's wusste. Wie ich's wusste. Oh. So. Jetzt tötet mich dieser Typ nicht. Jetzt tötet er mich nicht. Zeig dich, Junge. So. Da hast du. Du Hund. Nein. Oh. Oh Gott. Glück gehabt. Oh. Fucker. So. Jetzt hab ich auch noch einen. Einer ist es noch. Ich weiß, glaube ich, wo er ist. Oh, der ist bei mir. Ja. Sehr schön. Wir haben gewonnen. Aber wir machen noch eine Runde. Oder, nee. Wir haben jetzt 7,41. Nein, noch eine Runde. In der nächsten TH Hunters Folge gibt's noch eine Runde. Ich rendere mich. Ich sag, wir machen noch eine. Ich rendere mich sonst tot. Freut euch in der nächsten TH Hunters Folge auf noch eine Runde. Hm. Ja. Okay, wegen mir. Guck doch mal. Ich rendere mich ja tot, mein Junge. Ach. Gute Arbeit genossen. Ja, ich bin immerhin besser, ne? Ein Assist mehr. Wow. Oh, Mann. Ja. Peinlich war's. Aber wir haben den Ghost-Typ mal am Ende gefickt. Das reicht mir. So, in dem Sinne, in der nächsten TH Hunters Folge gibt's wieder Suchen und Zerstören. Ich bin raus und Henrik bekommt das Schlusswort. Ich sag, auf Wiedersehen. Ciao. Mein Schlusswort ist diesmal ganz kurz. Und es ist nämlich sehr lang und es ist kurz. Und ich sag, ciao. 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 Untertitelung. BR 2018